Hallo, 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 meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu WW2K16. Endlich geht's weiter bei unserem kleinen King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start, endlich wieder mit am Start und endlich, endlich, endlich wieder mit am Start der Rewano. Ja, hallo Freunde, endlich, ich kann's kaum erwarten, Wahnsinn, wie lange ist das her? Haben wir eigentlich schon endlich gesagt. Ja, endlich, hoffentlich, gut, geil. Ja, und weiter geht's jetzt zum Geschehen, endlich, haben wir noch nicht gesagt, fällt mir da rein. Ja, das wird schon erwartet von zumindest einem Zuschauer, zwei, drei, drei, ich hab noch private Nachrichten bekommen, drei zu einer und direkt, na egal. Auf jeden Fall, es geht weiter. Du bist auf jeden Fall auf der linken Seite und bist der X-Pack. X-Pack, X-Pack ist bereit. So, und wen ich hab, den seht ihr ja natürlich schon und den kriegt jetzt natürlich richtig schön der Crazy, der Crazy ist ja schon, der, der, der. Dankeschön. Der Rewano reingepfiffen. Ui, okay, das ist auf jeden Fall beide 84, das wird auf jeden Fall ein Technical, also ein sehr schnelles Game, man nicht diese Brocken immer, wo man die überhaupt nicht aufheben kann, cool. Und wir sind Handlanger, also wir arbeiten hier im Lager die ganze Zeit, wenn wir nicht gerade auf der Bühne sind. Das ist richtig. Und mach nur Drecksarbeiten, Handtuch tragen und so. Ich hoffe, die Säulen sind jetzt laut genug beim Catchen, beim Wrestling. Hoffen wir es mal. Yeah, ja, endlich, Mann, okay. Gucken wir mal, wie es mit dem Delay aussieht. Okay. Bin bereit, aha. Okay. Also jetzt, nach dieser langen Zeit kann es natürlich sein, dass jetzt mal der Sound ein bisschen leiser ist, das verändert sich natürlich im nächsten Part, weil ich dann eben den hier ein... Was? Wolltest du dich mal ganz kurz hinlegen, hä? Weil ich den nach dem nochmal angucke und dann wird das natürlich dann im nächsten Part besser. Oh Gott. Oh Gott. Oh, schöner Move. Sehr schön. Hallo, hier bin ich. Scheiße. Du Sau. Ich sehe das gar nicht mehr, wenn du mich packst, weißt du? Das ist schon gerade echt lustig. Hier bin ich. Ja, schön. A Move. Alter, Alter. Das war schön weggeklatscht, den alten. Hallo? Scheiße. Martial Arts, sagt der hier, der Reporter. Oder der Kommentator oder wie auch immer. Der Moderator. Six, ne? Also, X-Pack. Also, Wonders Ricket. Das war gerade schon gestorben. Ich weiß nicht, aber es war gerade sehr lustig. So. Oh, was war das denn? Oh, was war das denn? Der hat nicht so nach dem Motto, oh, ne, heute nicht. Ja, ist auf jeden Fall schon flotter. Ich muss erst mal gucken, wie das wieder funktioniert hier. Hier bin ich. Oh. Das war jetzt nett. Bäm. Das war sehr, sehr nett von Kofi, dass er sich da wegdreht von dir. Mh, da muss man erst mal wieder reinkommen, ein bisschen, ne? Aber du siehst, dass die, äh, hier diese Konteranzeige bei den Technikern ziemlich schnell nach oben geht. Ah, gut ausgewichen. Autsch. Und ich nicht. Geh weg. Drecksack. Das ist der Move. Aua. Mein Brustkorb tut mir schon weh, du Sau. Du spät, yo. Ich habe gar nicht gesehen, die Anzeige. Und er schleppt mich wieder durch den halben Ring. Aua. Oh, Bäm. Bäm. Hup, jetzt, steh auf. Was machst du da? Er hängt halb tot im, im, im Käfig da. Okay, du bist wahrscheinlich müde durch deine Aktion. Aber ich helf dir. Ich helf dir, dass es dir wieder besser geht. Aua. Ich steh auf. Ich bin dummisch. Voll eine Gewischt. Oh, schöner Move von ihm. Bäm. Ah, naja, in die Rippen rein. Oh, schön gekontert. Nice, nice. Aber es funktioniert jetzt besser zu zocken als vorher, muss ich sagen. Ja, muss ich auch sagen. Ist auf jeden Fall ganz schön. Ui, bist du so schnell rausgekommen? Oh, was war das? Ich hab die doch gepackt. Ui, schöne Drehung. X-Pack. Ich weiß gar nicht die Moves von meinem X-Pack. Wegen S und so. Muss ich mal gucken. Riegel. Und dann greifen. Und dann greifen. Ist, äh, Signator. Ging der durch? Oder machst du jetzt so einen Kack? Oh, oh, so ein Aufgabegriff ist der Ding. Oh, wie geht das nochmal, wie geht das nochmal, wie geht das nochmal? Alter, ich weiß nicht, wer ich war. Ich bin rot, ich bin rot. Stimmt, ich war rot. Ja, das war jetzt natürlich scheiße. Da freu ich mich gar nicht so. Hast du jetzt gedacht, du wärst rot? Ja, ich hab gedacht. Na gut. Das war natürlich jetzt nicht so gut für dich, mein Freund. Leider nicht, leider nicht, leider nicht. Naja, und das war's auch schon wieder für das Match, meine lieben Freunde. Ja, ganz kurzes Auftaktmatch. Wir wissen natürlich, dass wir wieder reinkommen. Und das war natürlich jetzt wieder mein Fehler. Ich hab vergessen, ja, ich war... Naja. Auf jeden Fall X-Pack gewonnen. Unverdient. Was? Naja, das war ein harter Kampf, ja. Du hast mich geschlagen. Und ja, naja, es hält jetzt gerade durch. War aber beim nächsten Match wird besser. Und ich würde sagen, sehen wir uns dann morgen wieder beim nächsten Match. Bis dahin. Ciao. Ciao.